So und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K24 My Rise Undisputed. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und jetzt haben wir mal Sprung und Laufangriff. Das wollen wir verbessern. Wir sind dann inzwischen bei einer 91. Wir können den Story-Fortschritt angucken. Aha, okay, 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 okay. Hier haben wir einen Story-Fortschritt. Okay, okay, in der Chamber. Wahrscheinlich gibt es noch so ein Chamber-Ding. Ähm, okay, das sind also hier die Hochstapler-Syndrom. Ah, okay, Mist kriegt sein Fett weg und Hochstapler-Syndrom. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aha, okay, okay, okay. Interessant, interessant. Also das ist die Main-Story und das ist jetzt der Sub-Plot von unserer Story. Okay, ich bin einfach mal gespannt. Ähm, ja, Troy. Troy hat was zu sagen. Schick dich. Schick dich. Schick dich. We go live in 30. So be it Gorilla a few minutes before that. We're going to start the show with you already in the ring. No need to see your entrance for the millionth time. Have fun out there. Okay. Hey. 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 Natürlich Aber er kommt nicht Kommen wir nicht hier Paul nicht hier Aber lasst wir kommen Ich muss sagen NXT Corbin gefällt mir Oh die Fässer als Happy Corbin Wie zu spät Au Au So Geh mal weg hier Komm rein Ah Corbin Schon in den Ring Geben Das war's Eins Zwei Was? Nein Meine Güte Beicht der hier aus End of days Nein Ja Das Perfekt Und Eins Zwei Und Da kommt der raus Oh Oh Juhu E Okay Nein Wird Corbin jetzt vor Ja Ne Ne Warum kann es noch umdrehen So Warte ich zu das Oh wir sind im Saal Egal Sehr gut Das reicht Das reicht Oh mein Gott ey Kommen wir einfach so aus so nen Superkick raus Egal Wir gewinnen Wir gewinnen Das ist das einzig wichtige Boah Junge ey Logan Dich schnapp ich mir Habt ihr gehört wie die Menge getobt hat als sie dachten dass der Multiversal Multiversal Infinite Champion auftaucht Leider schaffe ich heute wegen verschiedener Publicity Verpflichtungen nicht zur Show Aber eure Leidenschaft und Energie gebt mir Kraft für das nächste Mal Wenn du dachtest dass das eine elektrisierende Reaktion der Menge war warte herst bis das WWE Universum explodiert wenn du die Multiversal Infinite Championship bei Wrestlemania verteidigst Na Bin Äh Hast du mal nach Dominic Hey I just wanna say I know how it feels to make it to the top as the Universal Champion And then suddenly Have the rug pulled out from under you Yeah It's less than ideal At least you're still champ though I got hurt and had to give up the universal title After only 24 hours Dan Never got a chance to get it back when I returned That's Actually gives me an idea Especially with Miz out of the picture tonight What are you thinking? If Miz wants to relegate me to the opening match Maybe we go out there and show them we Our main event players So we basically hijack the main event slot tonight? Yep I get to prove my value around here And you get the universal championship match you never got Win win I love it I'm in Okay Okay Mal Finn bestech Mal zum match Okay Was haben wir vor Okay Drei Kombos gegen Finn ausführen Und wir sind noch angeschlagen von unserem Match gegen Corbin Und wir sind noch nicht Das könnte Nein Oh nein Okay Wenigstens wurde mal Anerkannt dass Finn nie sein Rematch bekam Okay, wir sollen Finn weiter Schaden zufügen. Warten wir doch mal. So, ehrlich gesagt, Kaven-Zeit. Und dann einfach mal hier, Hutz, Hutz, Hutz. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass Lone wiederkommen wird. Irgendwie lässt sich das nicht hier einfach so kalt. Der WWE Universal Champion ist setting up Finn Balor for something big here. Oder Judgment Day. Ja, natürlich. Natürlich. Na ja, wir dürfen Paul nicht angreifen. Und Finn nails Paul. The WWE Universal Champion will have to pay a price for attack in Smackdown's GM. I agree, Corey, but maybe not as costly as if we targeted Logan Paul. Things are certainly heating up between our dueling champions here on Smackdown. Eben. Solange wir Paul nicht angreifen, ist alles cool. Finn hat jetzt nur das Problem. Als GM von Smackdown werde ich nicht einfach dastehen und zusehen, wie die sogenannten Talente die Show im Beschlag nehmen und ihre eigenen Matches ansetzen. Und unprovozierte Angriffe werde ich erst recht nicht dulden. Also wird Nolan Phelps nächste Woche bei meiner Show nicht wieder das erste Match bekommen. Stattdessen wird er vor Beginn der Show in einem Dark Match antreten. Jemand muss die Kameras und die Beleuchtung testen, um sicherzustellen, dass ich gut aussehe. So, non-televised Dark Matches now, huh? Yep. Really a shame that at one point the WWE Universal Championship was the most important title around. And now the greater WWE Universe won't even get to see it. But whose fault is that? Miss? Whatever. Who am I even facing? Don't worry. We brought in someone whose Starpower is fitting for your new spot on the card. Oh, I think I just heard them open the doors to the audience. Better go get ready. Hm. Okay. Muss ich in meiner Ringgear dann wrestlen oder kann ich einfach in meinem Hemd auch antreten? Ich schätze, ich muss in meiner Ringgear gegen Stacked Max Slacks. Ich wollte mal wieder die Entresses anstellen. Ich würde gerne Stacks Max Slacks. Stacked Max Slacks Entrance gesehen. Wenn ich halt nur unsere Entresses was skippen. So, Russian Leg Sweep. Oh, zack. Das waren nur die großen Talente, gegen die ich hier wrestlen muss. Dann finde ich gut. Ich werde geschont. Falls dann doch ein Match gegen Paul irgendwann kommt. Was hast du dir gehofft? Max Slacks. Tore doch nicht, dass das... Zum Dreck sack. Zack. Au. Nicht mal richtig gefangen kann er mich. Oh. Zack. Au. Max Slacks. Ich bin noch nicht fertig mit dir. So, Powerbomb Position. Nein, es hat sich ein Flip. Okay, jetzt schickt er uns hier wieder in den Ring. Kein Problem. Da hat man da nicht gerechnet. Eins. Zwei. Da auch raus. Ja, stimmt. Ohne Commentary, weil... Ne, Dark Match. Jetzt mal wirklich Max Slacks. Jetzt mal wirklich Max Slacks. Ach, mal was Interessantes hier. Los. Danke. So. Electric Chair. Zack. Genau das wollte ich. Und der... Scheiße. Aber jetzt... Nein. Oh Gott, was kommt denn hier? Na? Die Close Line. Will das denn hier Max Slacks hier richtig gut aussehen. Boots. Das war's. Aus dem Nie kommt der nicht mehr raus, ey. Den haben wir da umgebracht. Sehr schön. Also das Nie hat er gefressen. Ja, so... Ja, und mal sehen, ob hier Miss jetzt einfach sagt, ja okay, der Deal, der hat keine Relevanz mehr oder ob er doch uns den Deal abnehmen möchte. Jetzt, wo die goldenen Tage dieser anderen relevanten Championship hinter uns liegen, wird es Zeit anzukündigen, gegen wen unser Multiversal Infinite Champion Logan Paul bei WrestleMania antritt. Schaltet bei SmackDown ein, um es herauszufinden. Also Finn, egal wer es ist, der Abend endet damit, dass derjenige zu den Lichtern hochstarrt und den hellsten Sternen im unendlichen Multiversum mir. Hi Finn. I can't believe Miss has basically removed you and the WWE Universal Championship from WrestleMania. I can. Have you not been paying attention to anything he's done in the last 20 years? Fair point. I should have seen it coming after he had you relegated to dark matches. Hey, on a positive note, dark matches mean I'm done early, which means less time around the Miz. So, sort of a win. How are you going to fix this, though? You can't just give up and let Miz have his way. 9-9. No, I'll never give up. And I've been thinking about it. When it comes to Miz and Logan Paul, you gotta hit him where it hurts the most. Their egos. Well, Miz won't shut up about his big announcement on SmackDown of Logan Paul's opponent for WrestleMania. Maybe there's something there. Yeah, I think so. I'm gonna need your suit size. Okay, so, wir stellen mal wieder hier die Inchesis an. So, machen wir mal weiter. Was haben wir hier vor? Ich meine, es ist großartig. Ich meine, es ist großartig. Let's hear what the Miz and Logan Paul have to say. Goodbye. I'm sure it's gonna be great. As your must-see GM of SmackDown, we are here to announce the multiversal, infinite, everlasting, supreme, bottomless, planetary champions opponent at WrestleMania. And it's gonna be awful. That's right, Miz. And let's get to it. Because as your part-time champion, full-time piece of trash, everyone knows I can't stand being in a WWE ring any longer than I have to. So, at WrestleMania, I'll be going toe-to-toe with the only thing that's bigger than my ego, my extreme lack of talent. Finally, the real Miz is here to put an end to this. Now, go! I was enjoying it, Corey. Hey. Oh, gegen die Security. Tornado Tag Rules. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass es ein Tag-Team-Match ist. Apropos Tag-Team-Match. Haben wir jetzt nicht gesehen? No DQ? No DQ? Ich weiß sicher. DQ? Oops! Smasch! Fortune favors the bowl. These risks could be a winning strategy. A rope step! Oh, God! Just exhibiting their fearlessness. Exhibiting... World's brute force? Adrian Williams und Brute Force Okay, Brute Force ist der, der mit Finder zugange ist Wir sollen nur einen davon die Lichter ausknüpfen Achso, wir haben ja sogar Finisher Dann halt so Ich wusste gar nicht, dass wir drei Finisher hatten Diese Farce, bei der Misty Universal Championship durch den Dreck zieht, ist zu weit gegangen Aus diesem Grund kämpfen Nächste Woche bei Smackdown, Nolan Phelps und Finn Balor gegen Logan Paul und The Miz Wenn das Team von The Dark Horse gewinnt, steht bei Wrestlemania Titel gegen Titel Was? Ich konnte noch nicht einmal ankündigen, gegen wen Logan Paul antreten sollte Ich hatte das alles unter Kontrolle, Striplage Das ist nicht fair Ich bin seit Jahren nicht in den Ring gestiegen Ich wende mich an die Bosse Die Bosse haben bereits die Einverständnisse gegeben Wird passieren Lol Keine Versteckspiele mehr, Miss Und du wirst tatsächlich mal auftauchen und kämpfen müssen Logan, wir sehen uns Ils waren nicht in den Ring gestiegen Ich war nichts Kita war mit dem shade Wir sehen uns wie Ladσι Beatz